Herzlich Willkommen zu unserer ProCade Tech Lesson. Unser heutiges Thema heißt Interchassi links und bedeutet die breitbandige Verbindung zwei oder mehrerer Direktorenchassis. Diese Technologie ist nicht neu, denn sie wurde schon vor mehreren Jahren bei der Einführung unserer 8 Gigabit DCX Produktserie vorgestellt. Die vier ICL-Kabel auf diesen 8 Gigabit Direktoren hatten eine maximale Länge von 2 Metern. Die Skalierbarkeit war auf maximal drei Chassis beschränkt. Schauen wir uns nun die neuen DCX Direktoren basierend auf 16 Gigabit Technologie an. Auch hier finden wir zwei unterschiedliche Modelle, den DCX 8510-8, der bis zu 8 Fiber Channel Port Blades aufnehmen kann, und sein kleinerer Bruder, den DCX 8510-4 mit entsprechend nur 4 Slots. In beiden Direktoren finden wir neue Core Blades mit optischen Interchassi links. Da wir auch hier die Chassis direkt über die Backplane verbinden, können wir geringe Latenzzeiten garantieren. Und auch hier können sich die Mainframe-Kunden freuen, denn auch diese Interchassi links zählen nicht als Hop beim FICON-SAN Design. Wir haben natürlich nicht das Rad neu erfunden hier, denn die 16 Gigabit ICLs benutzen ausgereifte Technologien, wie zum Beispiel Frame-basierendes Trunking oder DPS, also Exchange-basierendes Routing. Auf dieser Folie möchte ich Ihnen gerne den internen Datenfluss durch den DCX zeigen, anhand drei unterschiedlicher Beispiele. Beispiel 1 zeigt uns den Datenfluss, wenn Source und Target am gleichen Blade am gleichen ASIC angeschlossen sind. Die Daten werden hier sofort zum Zielport durchgeroutet, ohne die Backplane zu belasten. Im nächsten Beispiel ist der Zielport nicht am gleichen Blade und die Daten müssen über die Core Blade ASICs zum Zielblade und zum Zielport durchgeroutet werden. Und hier sehen wir, wie die Daten über eine ICL-Verbindung zu einem Nachbarschassis weitergeleitet werden. Schauen wir uns doch mal die beiden Core Blades etwas genauer an. Zuerst das Core Blade für den DCX 8510-4. Dieses Blade ist zweimal vorhanden und bietet jeweils 8 QSFP ICL-Ports. Die maximale Länge beträgt hier 50 Meter. Bei den Core Blades für den großen DCX ist ganz einfach die doppelte Anzahl QSFP-Ports vorhanden, was eine maximale Ausbaustufe von 32 ICL-Ports mit jeweils 64 Gigabit bedeutet. Was sind das nun für spezielle Kabel? Eben keine speziellen, sondern ganz normale, standardisierte MTP-Kabel mit 12 Glasfasern. Von diesen 12 Fasern benutzen wir nur die 8 äußeren. Die 4 zentralen Fasern bleiben unbenutzt. Der Stecker ist natürlich kodiert und kann nicht verkehrt rummontiert werden. Falls Ihr OEM-Partner die Kabel nicht automatisch bereitstellt, können Sie über die Firma Molex oder Wave2Wave diese Kabel in unterschiedlichen Längen bestellen. Lassen Sie uns einen Blick in einen QSFP-Port werfen. Wie Sie hier sehen, besteht jeder QSFP-Port aus vier einzelnen Leitungen A16 Gigabit. Diese sind pro Port auf vier unterschiedliche ASICs aufgeschaltet. Trunking wird erst aktiv, wenn mehr als ein Port pro Trunk-Boundary benutzt wird. Um die ganzen ICL-Ports zu benutzen, braucht man nicht nur QSFPs und Kabel, sondern auch ICL-Lizenzen. Will man die ICLs auf dem kleinen DCX komplett oder auf dem großen DCX zu 50% nutzen, benötigt man eine ICL-First-POD-License. Für die zweiten 50% auf dem großen DCX gibt es eine ICL-Second-POD-License. Diese macht natürlich auf dem 8510.4 keinen Sinn. Für einen ICL-Verbund über 5 DCX-Chassies, der ab 7.01 FOS-Version unterstützt wird, benötigt man eine neue Lizenz, die sogenannte Enterprise ICL-Lizenz. Also ICL-Konfigurationen von bis zu 4 DCX-Chassies brauchen diese Lizenz nicht. Während die POD-Lizenzen die entsprechenden QSFP-Ports freischalten, erlaubt uns die Enterprise ICL-Lizenz, die Skalierbarkeitsgrenze von 4 DCX-Chassies zu durchbrechen. Was gibt es denn nun für Konfigurationen? Hier in diesem Beispiel aufgezeigt, die minimale Konfiguration, die Verbindung von natürlich zwei Chassies, mindestens vier ICL-Kabel müssen verbunden werden. Dies entspricht dann einer Gesamtbandbreite von 256 Gigabit pro Sekunde. Eine einfache Full-Mesh-Topologie sehen wir hier auf dieser Slide. Die Mindestbandbreite zwischen zwei Chassies beträgt auch hier 256 Gigabit, kann aber problemlos durch das Dazuschalten weitere ICLs erhöht werden. ICL-Trunking wird natürlich auch hier benutzt, da wir ja mindestens zwei ICL-Kabel pro Trunk-Boundary verschalten. Hier sehen wir die maximale Core-Edge-Topologie, die mit FOS-Version 7.0 unterstützt wird. Diese sechs Chassies bilden einen Verbund in einer voll-retundanten Konfiguration. Ja, wie Sie wissen, wurde ja die Skalierbarkeit ab FOS 7.01 drastisch erweitert. Wir sehen hier auf der linken Seite eine Full-Mesh-Topologie mit neun DCX-Chassies. Das heißt, jeder DCX ist mit jedem anderen verbunden, any-to-any. Und auf der rechten Seite die maximal unterstützte Core-Edge-Topologie. Zwei DCX im Core und sechs im Edge. Eine Erweiterung auf acht im Edge ist geplant. So, und das war's auch schon für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Falls Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Die Adresse ist techlesson.de at brocade.com Das war's auch schon.